So, willkommen zurück zum nächsten Video. In dem Video wollen wir natürlich unseren neuen Eintrag endlich fertigstellen und das auch in der Datenbank speichern. Und ihr seht, ich habe das jetzt hier mehr oder weniger hübsch gemacht. Es geht sicherlich noch hübscher. Und zwar habe ich hier oben einfach ein Inputfeld erstellt. Das ist da. Ich mache das mal ein bisschen größer. Mit der ID Title und dem Namen Title und der Klasse New Entry Style. Das heißt, ich habe eine neue CSS-Klasse gemacht für New Entry Style. Selbiges bei der Text Area. Das ist dieser große Bereich hier unten. Das ist eine Text Area. Die habe ich auf eine Größe gesetzt von 20 Spalten, 50 Zeilen. Da haben wir, glaube ich, genug Platz. Und dann habe ich noch hier unten die beiden Buttons angefügt mit Send und Clear und für die auch noch ein Styling gemacht. Das Styling gucken wir uns mal an. Das ist aber, wie gesagt, nicht so spannend. New Entry Style ist das hier. Also Schriftgröße 8, die Font Family reingebracht und Resize None. Das Resize None sorgt dafür, dass ich diese Text Area nicht in der Größe verändern kann. Wenn ich das mal rausnehme, kann man nämlich bei New hier unten die Größe der Text Area verändern. Und hat auch über den Rand des Diffs hinausgehen. Und da ich das nicht so schön finde, habe ich hier Resize None genommen, damit das einfach immer genau so aussieht. Dann hier unten bei Send und Clear. Das seht ihr auch bei den New Entry Style Send und Hover. Den Klassennamen, der ist jetzt nicht so glücklich gelungen mit New Entry Style Send, weil der für Clear benutze ich das die gleiche Klasse. Aber egal. Also ihr seht, dieser Hover-Effekt ist im Prinzip dann genau der gleiche wie bei dem Lockout hier oben. Genau, also das habe ich jetzt in der Zwischenzeit gemacht, mehr nicht. Doch, ich habe noch mehr gemacht. Ich habe es natürlich vorher mal probiert, dass ich hier mal nicht so viele Fehler reinbaue. Und zwar, als nächstes möchten wir natürlich, dass hier unten nicht Benutzername und heutiges Datum steht, sondern Bernd und das heutige Datum. Dazu bin ich in der New Entry und hier unten wird das hier hingeschrieben. Und wir wissen ja, dass unser Benutzername im Dollar Session Array gespeichert ist. Das heißt, ich öffne hier wieder einen PHP-Bereich und sage Echo Session Username. Und dann brauche ich natürlich noch mein Komma, was da hin soll. Das ist dann mit dem Verkettungsoperator angeklebt. Und dann soll da ein Datum hin. Datum. So. Und jetzt sieht die ganze Sache so aus. Bernd und Datum. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit einem anderen Benutzernamen anmelden würde, würde da eben der entsprechende Benutzername stehen. Und da soll natürlich nicht Datum stehen, sondern da soll ein Datum stehen. Und da gibt es eine ganz einfache Funktion. Das ist objektorientierte Programmierung. Das hier oben, New Date Time. Da wird also ein Objekt erzeugt vom Typ Date Time. Und mit diesem Objekt kann ich ganz viele Sachen machen. Ich kann mir nämlich das aktuelle Datum in meinem Wunschformat ausgeben lassen. Dazu schreibe ich hier Dollar Date. Dann kommt so ein Pfeil. Format. Und dann sage ich Tag, Punkt, Monat, Punkt, Jahr. Da. So. Und das sieht jetzt total verrückt aus, weil das irgendwie so ist. Das ist richtig. Genau. Und damit wird mir quasi von meinem Datumsobjekt, da steckt also das aktuelle Datum drin, mit Uhrzeit, einfach als Format ausgegeben. Nämlich mit Tag, Monat und Jahr. Dass ich das quasi gleich mal hier sozusagen sichtbar habe. Und wenn ich jetzt auf New klicke, habe ich hier den 08.03.2015. Also heute sozusagen. Und genau, dann sieht sozusagen der Nutzer gleich, wie das dann gespeichert wird. Denn wir hatten ja bei Blog nachher, hatten wir ja hier auch Autor und Datum, dass das sozusagen visuell hier drin schon mal angezeigt wird. So. Das, so viel dazu. Dann brauchen wir noch eine Action. Die habe ich hier schon eingetragen. Das ist also index.php?newEntry. Das heißt, ich verweise wieder auf meinen index.php und schicke ein Event mit im Sinne von New Entry. Damit ich sozusagen nachher weiß, in meinem Index, okay, hier möchte ein neuer Beitrag erstellt werden. Und damit bin ich sozusagen in der New Entry.php schon fertig. So. Dann gehen wir mal zu index.php. Und hier sage ich jetzt, neuer Eintrag erstellen. Einfach hier unten, unter, nach der Logout-Funktion und so weiter. Also quasi vor dem HTML-Bereich. Dann wieder if is set. $get.newEntry. Und jetzt brauchen wir tatsächlich ein paar Informationen noch mehr. Denn wir haben ja in unserem $post-Array erstmal den Title. Title. Ups. Und dann haben wir unseren Text. So. Da brauchen wir natürlich noch ein paar mehr Informationen. Denn wir brauchen wieder das aktuelle Datum. Denn dadurch, dass ich das Datum hier bei New Entry einfach nur hier unten ausgebe, habe ich es noch nirgendwo gespeichert. Das heißt, in dem Moment, wenn ich meine Seite New Entry sehe, also wenn ich das Formular hier sehe, dann ist das ausgegeben und weg. Das heißt, das Objekt gibt es nicht mehr, dieses Date-Objekt gibt es dann nicht mehr. Alle PHP-Variablen sind erledigt. Alles weg. Außer das, was gespeichert wird. Zum Beispiel Dollar Session. Das bleibt natürlich so lange da, wie ich eingeloggt bin. Aber der Rest ist sozusagen abgearbeitet und entfernt. Das heißt, ich muss in meiner Index-PHP, dadurch, dass wir das Datum mitspeichern wollen, wieder das aktuelle Datum abfragen. Und dann bin ich aber total faul und kopiere mir die Zeile hier. Dann habe ich Date, ich mache mal hier noch ein Date-Objekt draus, damit ich dann sozusagen danach eine Zeichenkette kriege, die ich dann Date nenne. Date-Objekt, Format. Und jetzt nehme ich ein anderes Format, jetzt nehme ich Year, Month und Day. Denn dieses Format hier kann ich sortieren. Und wenn ihr nachher ein bisschen weitermachen wollt, sozusagen die Blog-Einträge ein bisschen schicker darstellen wollt, dann wollen wir natürlich die aktuellsten immer ganz oben haben. Das heißt, wenn wir nachher unsere Blog-Einträge auf der Seite Blog anzeigen, wollen wir immer den letzten Blog-Eintrag ganz oben sehen. Deswegen habe ich hier das andere Format gewählt. Wenn wir das nachher ausgeben, können wir einfach das Format wieder umstellen. Das werdet ihr dann sehen, das ist nicht sonderlich schwer. So, dann brauchen wir noch unseren Benutzernamen. Und da haben wir ein kleines Problem, denn in unserer User-Tabelle haben wir ja ID, Username, User-Pass. Und wir haben ja einen Fremdschlüssel gesetzt von der Tabelle Entries auf unseren Usernamen. Ja, also die ID User. Das heißt, wir brauchen die User-ID und nicht den Usernamen. Das heißt, wir haben aber nur den Benutzernamen gespeichert. So, jetzt gibt es verschiedene Varianten. Entweder ich kann mir hier oben, wenn ich den Benutzer einlogge, also hier, noch die ID speichern. Oder ich frage mir die ID jetzt nochmal ab. Diese Dollar-Session-Variablen kann man vom Server her auslesen. Das heißt, es wäre sicherer, die ID in dem Moment, wenn ich sie brauche, aus der Datenbank zu holen. Und deswegen machen wir das auch so. So, das heißt, ich muss erstmal meine Datenbank connecten. Connect DB. Dann habe ich hier wieder ein Result. Dann mache ich dann MySQL query. Und da sage ich dann halt von dieser Datenbank. Und dann sage ich Select ID from User where Username ist gleich Dollar Username. Und den müssen wir erstmal noch erstellen, den Benutzernamen. Und unser Username ist ja Session Username. So, ich schreibe das hier oben extra hin, weil wenn ich das hier eintrage, habe ich ein Problem mit den doppelten und einfachen Anführungszeichen. Deswegen speichere ich mir den Username quasi vorher einmal vor. Dann habe ich meinen Benutzernamen gespeichert. Dann sage ich hier User Array ist gleich MySQL E Fetch Array. Denn was ich hier kriege, ist ja eine MySQL E Datei. Damit kann ich nicht viel anfangen. Ich muss das erstmal zu einem Array machen. Result. Und dann muss ich noch unsere User ID von diesem Array abholen, indem ich darauf zugreife. So, und dann habe ich in User ID meine User ID von meinem aktuellen Benutzer. So, wir können danach auch die, nee, wir killen die Verbindung erst später. So, jetzt haben wir unsere Benutzer ID. Wir haben unser Datum. Wir haben unsere User ID. Wir haben unseren Title und unseren Text. Das heißt, wir haben alle Informationen, die wir vorher wollten. Wir können mal kurz noch in unsere Datenbank reingucken. Wir wollten eine ID. Die ist ja automatisch Auto-Increment. Das heißt, die macht die Datenbank. Unseren Titel haben wir. Wir haben unseren Text. Wir haben unser Datum. Und wir haben die ID des Users. Das heißt, jetzt können wir eine Query raushauen, dass wir die Daten in die Datenbank speichern. Save New Entry nenne ich das mal. Das ist egal, wie ihr das nennt. Das brauchen wir nicht nochmal. MySQL Query und zwar von unserer Datenbank. Und jetzt mache ich mal ein bisschen Absatz, weil das wird eher eine längere Query. Insert into Entries. Und jetzt kommt die Insert into Abfrage. Das heißt, jetzt kommt meine Tabelle Entries. Und in die Spalten Title, Text, Date und ID unter Strich User kommen diese Values. Nämlich unseren Title. Und hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr das auch hier in Code Anywhere schreibt. Manchmal macht ihr zwei. Einfacher Hochkommata. Manchmal nur ein. Um da ein bisschen aufzupassen, kopiere ich mir einfach den Title. Komma, Komma. Und wenn ich das jetzt so machen würde, würde ich quasi überall meinen Title drin zu stehen haben. Deswegen hier aufpassen. Text. Dann hier einmal Date. Und hier ID User. Habe ich das so genannt? Ne, User ID habe ich es genannt. So. Jetzt fange ich also mein if-aset-Event ab mit New Entry. Speichere mir meine durch das $Post Array gespeicherte Information, Title und Text aus dem Formular in die Variablen $Title, $Text. Dann mache ich hier mein neues Datum. Also das aktuelle Datum. Datum. Wir können ja auch mal ein paar Kommentare hier reinpacken. Daten aus dem Formular. Formular. Dann haben wir hier User ID abfragen. Bap, 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 bap. User ID speichern. Hm. So. Und dann haben wir hier neuen Blog-Eintrag in Datenbank speichern. So sieht das doch ganz gut aus. Da, 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 da. Okay. Ich wage mal, es zu probieren. Mal gucken, ob es klappt. Ich gehe mal auf New Entry. Ah ja. In Zelle 84 haben wir einen Fehler. Ja, und zwar, ah ja. Ein Semikolon hat gefehlt nach dem Save Entry. Das passiert. Einmal aktualisieren. Gut. Puh. Hätte auch schwieriger werden können. So, dann machen wir hier mal einen Titel. Test. Titel. Ein Testbeitrag für unser Beispielprojekt. Punkt. Einmal auf Send. Okay. Ich bin bei meinem Blog gelandet. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt hier Juhu. Heureka. So, und da haben wir so einen kleinen Kommentierungsfehler mit für. Das machen wir später, wenn wir das ganze Projekt schick machen. Aber der Rest hat geklappt. Also wir sehen hier eine ID 1. Dann haben wir hier unseren Testtitel eingetragen. Unseren Text. Einen Testbeitrag und so weiter. Mit einem Datum und unseren User. Das heißt, wenn ich jetzt auf User ID 1 klicke, müsste ich bei unserem Bernd landen. Jawohl. Das hat also schon mal ganz schön funktioniert. So, das heißt, wir können jetzt neue Einträge erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder auf New gehe, noch ein Beitrag, wieder ein Testbeitrag für unser Beispiel. Punkt, Punkt, Punkt. Wieder auf Send. Und mir nochmal eine Datenbank, meine Entries angucke, habe ich hier einen zweiten Beitrag. Und wieder von unserem Bernd, der total fleißig ist. Ja, schön, das funktioniert. So, jetzt soll das für dieses Video auch ausreichen. Im nächsten Video wollen wir dann unsere ganzen Blog-Einträge mal anzeigen und auch diesen Konvertierungsfehler da wegmachen, dass da in der Datenbank auch das richtige für drin steht. Und der